Hey, hier ist Max von MaxApps und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Viele haben mich bei dem Score-Video, wo ich Score gespielt habe, gefragt, ob ich mal Score Hero spielen kann. Also es wurde echt verdammt oft gefragt. Und dann würde ich sagen, mache ich es auch mal direkt. Hier, Score Hero spielen, würde ich mal sagen, nicht verbinden, wir spielen. Wille, dein Helden. Nehmen wir den. Deutschland. Ja, genau. Und Score Hero, die Talentsucher sind unterwegs. Spielen. Probespiel. Okay. Okay. Wird bis jetzt vorgeschlagen, oder? Äh. Oh. Daneben. Warte. So, jetzt aber. Hä? Halt's ab! Hä? Jetzt aber, nimm das! Okay. Also kann man das nachher selbst entscheiden, oder wie? Jetzt ist ja so ein kleines Tutorial hier. Nehmen wir einfach mal Level 2. Genau, Level 2. Okay. Und ja, ähm, genau. Zu dem passen wir dann. Nächster Zug. Das können wir jetzt selbst entscheiden. Kann man hier auch irgendwie drehen, oder so? Ne, ne? Gehalten. Hm, schade. Läuft der hier gleich rüber, oder? Ne, schade. Okay, da muss ich zu dem passen. Genau. Und da rein. Nein! Daneben. Aber was ist denn witzig, dass man hier selbst entscheiden kann? Armselig. Alles klar. Und los. Genau. Tor. Gut. Nächste Situation. So, und... Schieß unten rechts rein. Genau. Unaufhaltsam. Auf jeden Fall. Ich finde, das Spiel macht Spaß. Und es wird nicht gezeigt, was man machen soll. Was soll ich? Gut gespielt. Dein Talent hat bei ein paar Vereinen Interesse geweckt. Mit welchen Vereinen gehst du in eine Probezeit? Nehmen wir für Freiburg. Spielen wir. Genau. Los geht's. Spielen wir zu dem in die Mitte. Und der... Köpft ihn... Ach, da. Nein! Äh, fast. Der war fast drin. Fast. Nein, abwehr! Und... Baller hin da rein. Kopfball! Ey, das macht echt wirklich Spaß, finde ich. Also, ich finde es auf jeden Fall besser als das andere Score. Weil, ja. Es würde ja nicht vorgehen, wo man hinschießen soll. So, nächstes Spiel. Und... Wumm. Ein Kurvenball. Okay. Nice! Nah dran. Okay. Habe ich doch. Stell sicherst in dem ganzen Weg des Ballzeichnis. Ja, habe ich doch. Hä? Ah! Okay, nochmal. Und, der ist doch drin, oder? Nein! Latte! Als ob... Bitte. Oh, Mann! Und dann, jetzt anzuschneiden. Zeige ich eine Linie für den Weg. Genau. Der doch. Warum kriege ich jemanden? Mann! Jetzt aber. Sen... Ach, das war ein Kopf. Äh, ein Tor... Äh, pfff. Ein Pfostenball. Genau. Oder? Ja, der war doch Pfosten, ne? Ja. Nicht mit dem ersten Anlauf, aber... Hä? Hä? Ja, was? Max. Fertig. Einfach mal Max genannt. Genau. So wie ich. Und, ja. Ähm, Glückwunsch. Genau. Okay. Äh, bin ich dafür das Spiel? Ja, da bin ich. Bei Level 5. Bei Spiel Nummer 5. Und... Passt mir zu dem. Und der... Passt zu dem, wie es hier angezeigt wird. Und der passt zu ihm da rein. Und der... Schießen unten rechts rein, oder? Ja, easy. Ausgleichstreffer. Ah, okay. Nicht gewonnen. Und Level 6. Trainer vorsichtig, optimistisch. Alles klar, okay. Spielen wir den einfach mal in Lauf. Lauf, 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 Junge, lauf. Heldenhaft. Den spielt er zu dem rein. Und der macht ihn... Da ins Kurzeck. Nein! So ein Pech. Manometer. So ein Pech, ey. Ich bin schlusslich, das Spiel. Exquisit. Obwohl, mach mir... Oh, wow! Äh, links, rechts, links. Kopfball. Nice. Gut. Max beeindruckt. Weiter. Okay. Also das Spiel macht echt... Ich find's besser. Man kann sich da so selbst so eine Taktik... So eine halbe Taktik einfach... ...so ausdenken. So ein Eckball. Wo da zu dem soll ich passen. Und der... Pass zu dem. Und der... Pass unten rechts rein. Nimm das! Ey, das macht richtig Spaß! Also ich spiele es auf jeden Fall gleich noch so weiter. So, acht. Spielen wir. Und... Bumm! Hä? Achso. Ähm... Nein, gehalten! Schade! Hätte ja klappen können, ne? Oh, ups. Abgefangen. Nein! Warte, wo muss ich hinschießen? Ich kann doch auch... Ne, ich muss doch. Hä? Hä? Ich verstehe gerade nicht, wo ich hinschießen muss. Da oben? Nein, der war zu hoch. Definitiv. Aber abgefangen? Ähm... Nein, der war zu hoch. Ja, nächstes Mal. Kann doch dauern. Mann! Ne, schon wieder zu hoch. Na? Dazu sag ich jetzt nichts. Der war für die Abwehr da. Ne. Mann! Bitte! Sensationell! Nice! Oh! Nicht... Oh! Passt mir zu dem. Und der passt zu dem. Okay, ein Lauf wäre vielleicht besser, aber... Äh... Der passt zu dem. Nein! Hä? Was hab ich gemacht? Achso. Zu dem. Der... Züßt den unten rechts rein. Nein, gehalten! Ein zurück. Der schießt den... Da rein. Das ist spektakulär. Ich dachte, als erstes schießt sensationell. Egal. Und ein Level machen wir noch. Wenn es schon so Spaß macht, ne? Eins machen wir noch. Eins ist noch drin. Und das Spiel beginnt. Eins, eins. Zwei, eins. Eins, zwei meine ich. Zu dem. Guter Ball. Der spielt zu dem. Und der spielt zu dem. Und der... Zu dem. Und der... Schießen rein. Und zwar... Links. Ja. Ja, nice. Spektakulär. Nein, nicht nochmal. Eigentlich wollte ich jetzt erstmal das Video beenden. Genau. Andererseits würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen am hoch. Ich hab dir sehr, dass es euch gefallen hat. Und damit ihr nichts mehr von mir verpasst, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Max. Tschüss. Tschüss. Tschüss.